Ja, herzlich willkommen zum Video hier auf dem Seelenretter Adventskalender. Heute geht es um den Sohn Gottes, das ist der hier Jesus. Und er wird auch Sohn Gottes genannt, auch im Blick auf seine Geburt. Ich lese die Bibelstelle wieder vor. Da redet der Engel Gabriel mit Maria, die ihn geboren hat. Und das steht in Lukas 1, Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird auf dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und Sohn Gottes war der Herr Jesus schon ewig, schon immer. Das ist der nie geworden. Also Sohn Gottes wurde der nicht durch diese Geburt hier, sondern das war der schon ewig. Und das zeigt die Bibel ganz, ganz klar. Zum Beispiel in Johannes 1, im Anfang war das Wort, damit ist Jesus Christus der Sohn, also Sohn Gottes gemeint. Bevor er als Jesus geboren wurde. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Also er war da, wo Gott ist, im Himmel. Und er ist selbst Gott. Und das war schon immer so. Er ist nie Sohn Gottes geworden. Er war schon immer und ewig Sohn. Es sprengt uns seinen Kopf. Ich kann euch das in diesem Sinn nicht erklären. Ich kann nur weitergeben, was die Bibel drüber sagt. Und jetzt steht im Galaterbrief, im Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 4, folgendes Wort. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Also die Zeit ist eine Einschaltung in die Ewigkeit. Und dann gibt es einen Zeitpunkt in der Zeit, in unserer Erdenzeit, da wird Jesus Christus geboren. Da wird der ewige Sohn Gottes Mensch. Der schlüpft in einen menschlichen Körper. Wird geboren von einer Frau. Und seine Geburt zeigt, dass er göttlichen Ursprungs ist und auch selbst Gott ist. Der Heilige Geist hat das förmlich gezeugt. Der Heilige Geist wird auf dich kommen, sagt der Engel zu Maria. Und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. So kein natürlicher Geburtsprozess, sondern da ist Gott quasi in diesem Sinn aktiv beteiligt, dass er das ohne Zutun eines Mannes hinbringt. Also seine Geburt beweist, er ist andersartig. Er ist Sohn Gottes. Und das wird quasi vorausgesetzt, dass man auf der Erde ihn auch so betiteln kann. Er wird Sohn Gottes genannt werden. Seine Geburt, die Umstände beweisen das förmlich. Und sein weiteres Leben auf der Erde beweist das auch. Und wenn wir da schauen in Johannes 20, Johannes Evangelium, da steht, schreibt Johannes einer seiner Jünger auf, Also den Lebensbericht, den du in den Evangelien findest. Ja, da ist die Geburt ja mit ihm begriffen, das haben wir gesehen, einzigartig. Auch sein Leben einzigartig, voller Wunder und was er gesagt hat, getan hat und so. Alles das beweist, was wir davon aufgeschrieben haben, dass er Sohn Gottes ist. Das ist Gottes Absicht, dass wir glauben, dass Jesus der Christus ist der Sohn Gottes. Wenn du sein Leben dir anguckst, beweist es das. Er ist Sohn Gottes. Dann auch am Kreuz, als man den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, gekreuzigt hat, da sagt ein Mann, als der Herr Jesus gestorben ist und sein Leben aufgegeben hat für uns, da sagt ein römischer Hauptmann, der stand bei dieser Szene dabei, der hat das quasi mitbeobachtet, diesen ganzen Kreuzigungsprozess, in Markus 15, 39 steht, Ein wunderbares Zeugnis. Sein Tod bewies in der Art und Weise, wie er sich verhielt, wie er gestorben ist. Das ist der Sohn Gottes. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Das bezeugt ein Heider, ein eigentlich ungläubiger Mann, der hat es wahrgenommen. Und das ist einfach wichtig. Seine Geburt war einzigartig, sein Leben und sein Sterben und alles beweist, er ist Sohn Gottes. Er ist anders wie alle Menschen, die jemals diesen Planeten betreten haben. Und dass Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat, das zeigt einfach eine Güte, eine Menschenliebe, die ist mit Worten nicht zu beschreiben. Im Römerbrief wird gesagt, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Ewige Sohn wird Mensch und stirbt für uns am Kreuz. Das ist nicht zu fassen. Er hat ihn nicht verschont. Wenn wir was verschonen wollen, dann halten wir das zurück, dann legen wir die Hand drauf. Aber Gott hat nur einen Sohn. Und diesen einzigen, den er lieb hat, den gibt er für dich und mich am Kreuz hin. Das ist die Botschaft förmlich, die im Sohn Gottes liegt. Sein Liebstes gibt er für Sünder ans Kreuz. Das ist nicht zu fassen einfach. Und ich wünsche dir doch, dass du Ja sagst zu diesem einzigartigen Angebot. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, schreibt Paulus an die Korinther. Und jetzt ist die Frage, was machst du damit? Glaubst du das, dass der gekommen ist für dich? Der kam nicht nur einfach so, sondern er kommt vom Himmel, um mein und dein Sündenproblem zu regeln. Und die Bibel sagt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, und es wird gesagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Den Sohn, der kam vom Himmel und am Kreuz starb. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das wünsche ich dir nicht, sondern dass du zugreifst zu diesem unglaublichen Angebot, das Gott seinen Sohn gegeben hat. Ja, schön, dass du so fleißig mitgeguckt hast, hoffentlich, bis hierhin. Die ganzen Botschaften durch, das wäre echt schön, das wäre unser Wunsch, dass du so umfassend einfach mitgegangen bist. Und jetzt auch irgendwie für dich ein Ergebnis rauskommt, für Gott ein Ergebnis rauskommt, dass du sagst, hey, ich will mich gerne bekehren, ich brauche diesen Gott. Wenn du den noch nicht hast, dann liegt dem Herrn Jesus Christus einfach alles begründet. Dass für dich nicht so alles bleibt, wie es bisher war. Ja, genau. Guck dir vielleicht auch noch ein paar der Botschaften an. Wir haben immer wieder Bekehrungen auch so eingebracht oder wie man an Jesus Christus gläubig wird. Auf unserem Kanal findest du auch viele andere Livestreams, die du dir gucken kannst oder auch Kurzbotschaften, wo das aufgegriffen wird als Thema. Und natürlich kannst du dich auch gerne jetzt bei uns melden. Du kannst uns über die Nummer kontaktieren, die in der Videobeschreibung drin ist. Eine Mail schreiben. Eine Mail kannst du ausschreiben. Dann wollen wir dir gerne helfen. Aber wichtig ist, unsere Hilfe kommt selbst von Gott. Und wir wollen dir quasi nur den Weg dahin zeigen, und am allerbesten redest du mit ihm selbst darüber und bittest ihn einfach, dass er sich dir zeigt, dass er sich seine Realität erleben lässt und sich dir offenbart. Und dann wirst du Gott finden. Er hat das gesagt, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Genau. Und wer sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Und wer bittet, der empfängt. Genau. Voraussetzung ist, dass du demütig und aufrichtig bist. Und dann beschenk dich Gott mit dem ewigen Leben. Das wünsche ich mir dir von ganzem Herzen. So ist es. Und dann in diesem Sinn. Gottes Segen. Genau. Ciao.